So, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei New General Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen Video. Heute mal wieder mit dem lieben Bioshock. Äh, wir waren hier bei in Arcadia, glaube ich. Oh, Alter ist das laut. Alter ist das laut. Auf meinen Ohren. Geht aber glaube ich noch bei euch so, glaube ich. Moment. Ja, so, müsste es gehen. Und einmal vorwärts. Moira! Patrick! Das sieht Ryan ähnlich. Wartet, bis wir verstrauten sind. Und dann schlägt er zu. Wir finden diesen Dreckskerl. Wir finden ihn. Und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib. Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der schlauend vor den Toren oben steht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Okay. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird sich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Okay, wir sind hier jetzt im Teegarten. Äh, nicht durch. Nicht hier denn durch. Hier seh ich ein bisschen, aber da kann ich auch nicht durch. Geh jetzt so Metro. Station. Okay. Hier würde... ...dolle wieder ein Little Sister sein. Weil da ist schon wieder dieser Einlass. Wo die Little Sister ist, dass wir mal reingehen. Da habe ich was Lenzendes gesehen. Schrotflinte und... ...noch mehr Schrot. Ähm. Kommst du raus, dann ist jemand. Die sind überall. What the fuck? Warte. Hä? Mach mir keine Angst, ja? Mach mir keine Angst. Blöder... Blöd Mann. Ich weiß nicht, ich wollte Zigaretten gar nicht rauchen. Wollen wir Zigaretten? Ja, lang da glaube ich. Okay, ich gehe hier mal raus. Ich kann auch noch lang. Ich kann auch nicht lang. Wow! Was ist denn für ein Freak? Ohne Mist. Was ist denn für ein Freak? Was ist denn für ein... Was ist denn für ein... Was bist du? Jetzt komm hier hin. Warten wir mal. Ja doch. Ich erlebe mich doch... Was bist du für ein Viech? Houdini? Ich stehe doch gerade auf dem Dini-Splicer, nicht? Houdini, ja. Okay. Kassette. ...die Meeresgrund zu pflanzen, und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rhein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen, darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen. Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Okay. Stopp. Wir haben ja Bandagen Ein Gehen, aber mir fällt bisher alles was ich mit Gehen habe Geh ich mal kurz hier runter um zu gucken, ja So viel Zeit muss sein, so viel Zeit muss ehrlich sein Weil da hinten habe ich noch was gesehen Möchte ich auch noch Das sollte sich ganz sicher wunderschöner Spenster, ist das Leben in Rätschern nicht einfach wunderbar? Oh süßer Ich bin so weit von aufgespliced Davon wagst du nicht mal zu träumen Komm hier Ey Was für einen Abend ich vorbereitet habe Alles ist bereit Blumen, eine Flasche Wein Sogar zwei Karten für den T-Garten Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia Jetzt muss ich bloß noch beim Thriftycare vorbeischauen und ein Medi-Pack abholen Nur zur Sicherheit Man sagt Angelina sei nicht zum ersten Mal im T-Garten Okay Oh ist Atlantis Oh ist der Andes, Mann Okay, aber noch rüber und Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg Die Schnecke Die Schnecke allein konnten nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt Da sieht es schon viel besser aus Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert Durch die Verwertung der wieder ausgewürgten Nahrung des Wirts Ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt Fontaine sagt Nur Geduld Tennenbaum Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet Damit ist das Problem schon gelöst Okay, der hat mich gesehen gut Erstmal abballern Oh Haha, ich hab dich erst So Meine lieben Freunde Ja, Donnick und Donnick Oh shit Shit, 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 shit Leck mich am Arsch, ey So Meine Güte Sorry, ich hab mich mehr an meinen Nerven, ey Hallo Wofür brauche ich einen Gummischlauch? Bin ich jetzt ja sehr interessiert dran Wofür ich einen Gummischlauch brauche Ich kann ja mal lang Hier bringt mir aber nichts lang zu gehen glaube ich Oh, Dach Oh, ein Tresor Ich bin immer ein Autohacker Erfolgreich Oh Nahtfallen Die Nahtfallen weiß ich nicht genau, was mir das bringt Aber ich hab's auf jeden Fall Ich geh da jetzt mal noch nicht lang Ähm Muss ich zwar gleich lang gehen Aber ich geh da auch noch nicht lang War ich hier schon? War das das von grade? Nää, das war's noch Moving Ganz sicher nicht Doch Das war's nicht Yöhäää ich kann alles umschmeißen Hier ist eine Leiche drin Keine Musik nicht mehr aufhören Hier die ganze Zeit Rum zu pimmeln Das ist ja Äh Mann Ne Das ist doch meine Ja 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 Komm Aber sonst ja Tschöön Was muss ich die alte hier abwackeln Ist ja dann Nicht mehr in der Tüne Ist ja dann Ohne ein bisschen Das war doch Was haben wir Invert Ah cool Kann ich mir dann so ein Autohacker Viech von machen So ein Ich will das Dankeschön So Und hier noch runter Ich kunde einfach mal Alles ein bisschen so Können wir das abmachen Kann ich abschließen oder so Okay gut Lagerkiste Also eine Pistole Auch schon runter Gibt es nichts mehr Pistole Was habe ich da jetzt eigentlich besser gemacht Ich habe keinen Plan Und auf einmal da Pistole Jo Pistole Oh Ich kenne irgendwas gut Mal ein Pam Weg Hätte ich zwar noch in Aufnahmen nachgucken können Aber Habe ich nicht gemacht Wow Junge Alle Meine Güte Habe ich mich erschreckt Ey Ne Weiter gehe ich mal nicht Mal wieder hier hoch Und dann Was ist Pam Oh fuck So Alter Ich mache jetzt mal ein Foto von dir Was willst du denn jetzt von The first let me take a selfie Sorry Das muss es einfach sein Yay Und jetzt wird's Da Rion Nomade G G Plus Mie Slot Aber warte mal Hallo Erst mal dein Dings auspoigen Und dann dich retten Nein! 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 Wo die Überlegung habe ich gekriegt? 80, Adam. Kein Problem. Habe ich gerne getan, meine Liebe. Gut, die geht da jetzt wieder rein. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Schaffst du? Dann hier... Gerperton Manix... ...2... Braille! Monika. Äh... Sonic Boom. D-D-D-Sonic Boom. Okay. Temp-Wecker. Hmm... Hey, give a fuck off. Hey. So, mehr Kilo-Verbandsgästen, von der einfach mehr Gesundheit brauche ich nicht. Bringe die Preise, verkaufe das Ottoman-Boy auch nicht. Das Miete, ja, ist klar. Human and Pharaoh. Dankeschön. Du musst hier ja gestehen, oder? Nein, 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 nein. Okay. Ziel, Dummy. Ich wollte es eigentlich gar nicht kaufen, aber... Gibt mich nicht. Ähm. Der Winterblaster weg. Lenken Sie Ihre Gegner ab. Das bringt Ihnen Zeit, wenn es mal eng wird. Ich wollte es eigentlich gar nicht kaufen. Also, sorry. Okay. Ja, ist ganz cool, aber... Nein, ich habe es falsch gekauft. Yo, Verde. Yo, in Verde. Wo war ich gerade? Das kann ich auch mal nachladen. Habe ich noch nie geguckt. Oh, die Klappe. Oh, liegt eine Pistole. Mein Portemonnaie ist bereits voll. Ich glaube, ich habe da nur ein Portemonnaie. Also, ichует... Ja. Vielen Dank.